Hey Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu Ice the Horror Game. Gibt's übrigens auch im App Store und für Android auf Google Play. Und ja, natürlich ist wieder der Crazy Callerball. Offensichtlicherweise, weil's ein Horror Game ist und er immer sehr gerne dabei ist. Oder auch nicht, kommt immer auf den Tag an. Und ja, wir werden dreimal versuchen, diesem missgebunden Vieh, was uns hier verfolgt, zu entkommen. Und das Ganze beginnen wir jetzt einfach mal. Let's go! So, just wanna talk about this break in business. Already checked it out for ya. You could get at least 12 bags. I have the front docky. Anything else? Make a map. That place is huge. Looked out. Tessa hat bestimmt der Kopf selber, der wird uns gerettet. Okay, wir müssen 12 Moneybags finden. Für Moneyboy natürlich, damit er den Zweck wieder aufdrehen kann. Und müssen dann uns verpissen aus dem Haus. Müssen wir uns, ähm... Ja gut, wir müssen uns verstecken. Vom Threats, also Angriffen. Also müssen wir verstecken. Äh, Preserve your stamina. Okay, dass wir halt immer auf gutem Kurs sind. Nicht zu oft rennen, wenn wir's nicht müssen. Use a map and ice to move safely. Okay, ich denke eh, dass das für uns so krass verfolgen wird. Also ich hab's ja schon mal gespielt. Man läuft das flüssig, Alter. Und was haben wir denn hier so? Betts, okay. Yeah, I'm getting money, oh! Steig aus dem Bett, dring ins Wake up, mal nie, bei dir noch. Also noch eins, guck's mal da. Da ist nix mehr drin. Yeah. Okay, wir müssen offensichtlicherweise auf die Map gucken. Na, das ist ja mal einleuchtend. Push the door. Okay, wir müssen die Tür drücken. Okay, ich geh mal hier ganz vorsichtig lang. Press Q to see. Okay, was kommt auf uns zu? Oh, irgendwas ist auf dem Weg zu uns. Äh, okay. Rein da. Ich beeil mich mal lieber. Vor dieses... Ach du Scheiße. Es ist auf dem Weg. Scheiße. Es will Eier legen. Scheiße, was... Was auch immer hinter uns her ist, braucht nicht mehr lange. Es ist das klassischste Viech, was ich jemals in den Horrorspielen gesehen habe. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott, der Kopf hat gesagt. Dieser Kerl hat das hier... Ach, ich hab eigentlich schon die ganze Zeit gespollert. Ich hab... Dieser Kerl hat das über... Hab ich so absichtlich überhin gesetzt. Übrigens unter den Leitern herzulaufen, soll er sehr viel Unglück bringen. Pfff, da ist noch was. Wir haben aber auch die Hälfte. Ich... Äh... Es bringt wirklich Unglück, da drunter herzulaufen. Scheiße, Basement Door. Ich kann nicht leave jetzt. Okay, ich würd mal sagen, wir gehen nach oben. Scheiße, es geht. Boah, ich kann jetzt hier nichts öffnen. Was auch immer uns hier verfolgt. Was das für ein Mist hier auch immer sein mag. Du bist da was. Ja. Oh, Scheiße, es kommt nach oben. Es kommt verfickt nochmal nach oben. Boah. Oh, oh Gott, oh Gott. Boah. Boah. Hier ist Scheiße. Boah. Hey, äh. Leck mich doch an den Eiern. Ich bin einfach direkt nochmal, weil wir behalten die Aufnahme nicht. Nein, nein, wir behalten die Aufnahme auf jeden Fall. Ne, wir wetten die Aufnahme nicht, weil ich dann... Ach so, ja, beenden. Ja, das war nicht für Glück. Das ist was, das ist mal, wenn ich einfach direkt. Wie in Ära? Da ist ja was. Okay, das ist auf jeden Fall schon auf den Weg zu uns. Okay, auf nichts warten lassen. Einfach direkt rein, alles sammeln, was geht. Haben gerne Moni, yo. YouTube Money, der YouTube Money. Dreh den Swag auf. Kein Bock auf Swag. Dreh den... Bei Money Boy ist es wohl eher, dreh den Dreck auf. Kannst du mal gucken, wo der Kerl ist? Mach nicht sofort. Vor allem Kerl, weil sie irgendwie aussieht wie eine Frau, die ziemlich missgestaltet ist. Vielleicht finden wir die Köpfe ja ganz weit unten. Ich würde mal sagen, die ist auf dem Dachboden, oder? Was meinst du, runter oder hoch? Es ist mir schloss, egal, das ist eh tot. Bitte entscheide dich, schnell. Nach unten. Geh einfach nach unten. Das war doch natürlich die falsche Entscheidung. Ratten. Wer meint es schon mal mehr? Da. Du brauchst noch eins. Ach du Scheiße, zehn. Die Ratten verarschen einen so ein bisschen, oder? Guck mir direkt nach. Ich glaube, das Mist hier ist immer noch oben irgendwo. Das Ding ist gerade ein Hauptgebot, ein Hauptgeschoss. Elf. Ach du Scheiße, das ist schon mal so viele gehabt. Zwölf. Jetzt sind wir nur noch irgendwie hier raus. Oh Gott, ey. Geh raus. Ja, ja, ja. Hi, Kongradz, man. Nicely done. Why don't you answer my calls? I don't wanna talk. Not now, sorry. What? I feel like there was something in this house. It's coming for me. I can feel it. It's here. Disconnected. Vielleicht ist noch nicht vorbei. Ja, ja, ja. Oh my God. Ja, ja, oh my God. Das war nicht so schön, ich dachte, es soll nochmal mal zocken. Nein, ich hab mich noch zu voll. Komm, noch mal runde dem Vieh. Einfach mal die Arme laufen, so geil wie es geht. San Diego. Money Rakes Soul. Yeah, yeah. San Diego. San Diego, es ist der erste D-Rest-Export. Jetzt geht's, weil San Diego, wie. Ne, ich hatte mich eigentlich nicht, San Diego, auch wenn viele andere was ging. Ich hab auch nichts gegen San Diego, das war ein Lappen, aber trotzdem mag ich ihn irgendwie. Also wir haben es auf jeden Fall geschafft, ne, ihr könnt uns nicht nachsagen, dass wir zu dumm sind, um das Spiel durchzuzocken. Und wer selber die Eier hat, um das Spiel zu zocken, das ist in der Beschreibung übrigens. Ja, der gleiche ist in der Beschreibung, das ist auch sowieso nicht so schwer. Ja, stimmt, aber trotzdem ist es, wie es relativ schnell, muss ich sagen. Also mir die Eier abzukommen, hat das schon gereicht. Vor allem, ich verstehe es nicht, warum ist hier irgendwie Poltag-Eist und dabei folgt ein dieses Vieh. Von der ganz anderen Stelle aus. Fuck, Alter. Ab nach oben. Missgeburt. Ich komme eh nicht weg. Wo soll man rein? Nein, nein. Wir haben eh verloren, nur gucken, wie es durch die Tür kommt. Das wollte ich immer schon mal sehen. Es legt Eier. LOL. LOL. Alter, das Vieh greift uns gar nicht an. LOL. Du musst dich bewegen. Nein, nein, jetzt nichts machen, Alter. Guck dir mit dem Organer, das hört es. Ich liebe dieses Mist, wie jetzt schon. Da steht Rennen. Ja, wenn ich jetzt Rennen, Alter, dann bin ich tot. Guck dir das Vieh mal an, Alter, das ist richtig lustig. Ey, das kann ich gar nicht töten, gerade. Ich habe das Spiel verarscht. Weißt, was ich in echt machen würde, wenn er so ein Vieh von mir so rumgurken würde? Was? Ich würde lachen, weil jedes normale Monster einen schon längst angegriffen hätte. Oh nein, es hat uns, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass uns das Vieh erwischt. Meine Fresse, das gibt es doch gar nicht. Komm, eine Runde auf hart. Ja, eine Runde auf hart. Okay. San Diego, San Diego. Wahrscheinlich sind der 31, das ist der einzige Unterschied, oder was? Und 30, oder was? Ja, das Spiel ist auch irgendwie behindert, oder so. Jakob Mala Fiestrein, so schnell wie vorher. Ja, das ist dann da nicht schaffst, ist mir auch klar. Von anderen Sachen habe ich gar nicht Angst, weil es ist, dass sie sich gelaufen und wieder fahrt, dass wir auch gehen. Ja, dann bleiben wir wieder einfach stehen. Oder vielleicht war das ein Backerweiß. Das ist das Auge des Budsjahs. Das Auge des Budsjahs. Ja, man, das ist ja auch die Euro. Das muss man einsetzen, wenn das drei Meter vor dir steht. Äh, nur drei Meter von dem fern. Man sieht, wie der Player aussieht, oder was? Ja, ich bin der Player Boy. Boah, Manni Boy, Alter, lass mich bloß mit dem, boah. Ja, damit noch mal. Ich schwöre, das Vieh ist nicht oben, oder? So unten. Ja, das jetzt ist es oben. Es ist direkt hinter uns. Ja, super, wir haben jetzt keine Stamina, ja. Autsch. Das war jetzt richtig hart. Was ist denn, wenn wir normal nehmen? Ja, das kannst du jetzt machen. Nein, kein Bock. Ach, lutschen mir doch die Eier. Ja, wo sind wir denn jetzt? Ich mag Horrorgames nicht. Ja, du bist auch eine feige Sau. Nicht, magst du aber nicht. Ja, sicher, das sagt mir einer der Pokémon und Jujo zockt, Alter. Direkt ab nach oben. Pokémon und Jujo sind Menschen. Direkt ab nach oben. Fang mir das denn. Keine Stamina mehr, das Vieh hat uns. Was macht das denn hier? Was? Wir haben null Ausdauer. Schleuchstück. I'm getting money, oh. Steigen aus dem Bett. Was ist das denn jetzt? Kerze aus? Geht zu sterben, wäre extrem bitter. Scheiße, die Kerze ist von selber wieder angegangen. Okay, lass einfach, lass einfach campen. Lass camperside machen und warten, bis das Vieh kommt. Lass in der Zeit ein bisschen über Mädchen reden. Ach, sind das nicht geile Schnitten, die wir heute in der letzten Zeit haben? Zum Beispiel, das Frau, die uns gerade verfolgt. Ja. Dann möchtest du am liebsten einen abschobern, Alter. Möchtest du auf Klo gehen, ne, direkt einen abspritzen, Alter. Also, übelst richtig lustig. Lachgegal, Alter. Ne? Kennst du ja den Balotelli, Alter, ne? Das alte Schwarzbrot. Schwarzbrustfahrer. Ne, aber jetzt mal ganz im Ernst, Alter. Balotelli ist korrekt, ja. Bis auf seine Art und Weise, wie er handelt, ist er. Ist jetzt okay. In Ordnung. Ja, gut, sagen wir es so, ich hasse ihn halt als Menschen. Ich hasse ihn nicht, weil er schwarz ist. Ich hasse ihn, weil er voll Idiot ist. Ich habe nichts gegen schwarz. Ich habe halt was gegen Balotelli. Und jeder, der Balotelli heißt, der sollte jetzt aufpassen. Ich habe so, Alter, ich habe so. Ich habe so, Alter, ich habe so, Alter, ich habe so, Alter, ich habe so, so, so habe ich, Alter, 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 Alter. Hast du denn auf dem Mac? Keine Ahnung. Wollte ich mal gucken. Ob du es mal einen Teil auf dem Mac hast, habe ich gefragt. Das so könntest du dir immer antworten. Das Spiel habe ich momentan nicht auf dem Mac. Taschenschlampe könnte übrigens auch nicht ausschalten. Hätte mich jetzt auch gewundert. Der kleine Mini-Dildo da oben bewegt sich schon wieder. Ach so, das ist ja dein Bruder, der am Ende ist. Ja, was soll ich denn sagen? Der ist so Mini-Dildo, Alter. Schnauze halten, war einfach, dass es hier so ist. Es ist Lander. Man kommt in dieser Missgeburt eigentlich mal. Das dauert in der halben Ewigkeit hier. Ich gehe mal die Vermutung, dass er sich nur bewegt, wenn wir uns bewegen. Ja, ich glaube nicht. Jetzt mal nur auf Kuhdruck, siehst du doch da bleibt. Da bleibe ich doch eigentlich immer stehlich, könnte dann auch weiterlaufen. Aber die ist trotzdem mit uns ja wie bekloppt. Ja, das nur mit dieser Menschen zu sehen, das ist. Wer weiß? Ich höre gerade. Kommt es uns näher oder glauben, wie es kommt es uns näher? Aufgespräch. Aufgespräch. Ja, ich sage mal so, den Vieh fehlen sämtliche Gliedmassen und einige Organe Haftbefehl fehlt nur das Gehirn. Also, da ist schon ein gewisser Unterschied. Oh, irgendwie... das erster ist aus dem richtigen Fleck Stülz das ist schon ziemlich so ist sie die Dauphine Polonaise Darmistie die Polonaise in Person der Kollege guckt sich übrigens gerade hier Half-Life 2 der Kammern weil sonst keine Hobbys hat Hegel bis aus zu finden oft läuft zwei Auslabs Stereotyp mit Zombies und irgendwelche Aliens hoch und mit Elix und die ganze Lachen gemacht in Dietalter Indy er ist so wichtig ich mache es gerade alles krass mit einem Finger ich nix mal los ich laufe einfach immer links die Hälfte ist die Hälfte ist ich habe das Gefühl der Großteil ist für dieses Wartepalbieter 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 Dornis und mehr weißt du das ja das bin ich der hier immer links und rechts läuft ich bewege mich nur damit die Missgeburt kommt für diese Spiele mich abschließen wir können jetzt werden wir haben ja jetzt hat es auch das ist was für ein richtiger das ist was für ein richtiger vielleicht hat er sich mit unserem Charakter wenn wir aufs Rauch springen komm her ich bin schon am springen ich bin es lässt sich durch die Tür durch und dann lach ich mal ab dann man kann in diesem Raum irgendwie nicht erwischt werden Stimmst du mir zu oder nicht dieses Miss Team ist die irgendwann langsamer wissen wir sind wissen wo der Babo ist mit dem wissen wo der Babo ist mit dem Wissen wer wer der Babo ist also ich sag damit Dankeschön fürs Zuschauen und jo äh ich bin es wieder immer noch ein bisschen wasser naja das kann sein aber nee danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal gehen wieder vor rein